Das ist ein Pegasus Das sind Rettiche All of the Rettich Er puttet die Möhre in die Möhre Das ist Möhrebrot Oh, das ist ein Assist Das ist so schön bei ihr jetzt Komm her Pony Du siehst sogar ultra merkwürdig aus Du darfst aufhören zu existieren Ich find dich ultra widerlich Und man trifft dich nicht Weil du ein fliegendes Pony bist Stirb aus Au What? Pony tot Ihr gebt wenig Erfahrung Alter Du verpiss dich ganz schnell Der Griller So Du fängst gleich jetzt an Irgendwas zu heilen Damit ich den Rettich hier vorhauen kann Ich will meinen Rettich hauen Das ist sogar relativ stark Ist der Rettich gerade explodiert? Das sah gerade aus als wäre der Rettich explodiert True Demon Slice Okay Das ist dann aber Warte mal Oh, das ist eine Ein Ex-Angriff Aber nicht so gut Ich nehm ihn mal rein Scheint mir jetzt so von den Werten nicht so praktisch Ah, mach gucken Sieht auf jeden Fall cool aus Ich mein, das ist das etwas Oh, forschemals Schöne ist das, danke Kann nur gut sein Yeah Was? Wie steht das jetzt eigentlich? Ne Äh Party Es wäre mal schön, wenn man irgendwo sehen könnte Äh Wie viel Okay Es wäre mal schön, wenn man sehen könnte Wie viel was bringt Also Wie viel Bis zum Level Up vom Lily Rank fehlt Das wäre mal gar nicht mal so schlecht Das ist schon wieder so ein dummes Pony Und ich hasse Ponys Kack, mir mal den Fußgänger bin ich voll Stirb mal aus Wow Ich bin ein trauriger Rettich Das ist ein trauriger Tag für den Rettich Übertreib Das Ding hat nur zwei Hufen Das Pony war schneller mir fällt jetzt auf das ding hat nur zwei das ding ist mir creepy oder ach du scheiße was bist du denn der große böse wolf ist wieder da und er hat ein rettich bei sich na komm erst mal der rettich schnell und dann gucken wir gleich mal man so schwer kann dieser wollte nicht sein so nutze ich zu dass ich wegkomme super storm ich bin der rettich beachte ich bin ein trauriger rettich niemand mag mich ich bin schlecht ich bin rettich tot pinsbrau challenge ok dann komm mal her mein großer ouch das tat weh und neb neb ist einfach mal super gedebufft na klasse ne wenigstens power hochsetzen ihr wisst ja gegen 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 bosse oder so mini bosse da lasse ich nix anblühen ja doch ziemlich powerfull der kerl aber dürfte doch machbar sein wenn ich mich richtig verteile dann funktioniert das bestimmt ok feuer immun ne ok krieg's aufs maul ich liebe die musik in den fights einfach crashy ist einfach zu overpowered irgendwo du hältst einiges aus das macht ihm nicht wirklich viel ach ja aua das kann sich ziehen besser ist so ja verfehlen das bringt was ok glaube ich hab's jetzt ich glaube ich glaube mein kopf weiß bescheid das ding hält nur einiges aus ich glaube ich hab's ja doch Ja, doch. Sicher ist sicher. In die Fresse. Vielleicht haben wir wenigstens schon mal seine Verteidigung durch. Dennoch ist der Kerl ziemlich hartnäckig. Ich glaube, normaler hier reicht. Ah, die Buff. Du Nerv. Fenrir-Wolf. Jetzt sehe ich das erst, dass das Ding Fenrir heißt. Das könnte problematisch werden hier. Ich könnte aber auch wieder in die Ex-Angriffe benutzen und das Ding einfach schrotten. Dein Leben. Haha. Kriegst du halt aufs Maul. BAM! Hartnäckiges Bürstchen. Alter, wie viel hält denn das Ding aus? Jesus Christus. Schnauzen voll, ihr. Schnauzen voll, ihr. Der von Compa und Alfie habt ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Das muss ich mal nachholen. Das Ding lebt noch. Ach so. Ach so. Das, ach so. Uiuiui. Okay. Alles gut. Das Ding ist aber unglaublich schnell immer noch. Ach gut, aber wird halt da einiges aus. Ich finde, das Kleid steht dir unglaublich geil. Wow, was? Komm. Alles wieder gut. Draufhauen! Ich stehe immer noch einfach auf diese Musik ein. Can't help it. Ey, kannst du mal mit dieser Insta-Kill-Attacke aufhören? Mega uncool. Mein Alter. Blöde Scheiß-Insta-Kill-Attacke hier. Hör doch mal auf, so viel auszuhalten. Rot steht hier. Ey, lutsch dir selber ein. Du bist nervig. Ach, jetzt kann das auch noch... Was? Oh nein. Oh nein, ich hab... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Ja, ich hab einiges neu zu machen, ne? Ich hab nicht gespeichert. Das heißt, ich darf jetzt alles nochmal machen. Bis zu dem Punkt, wo wir eben waren. Weil das Ding auf einmal alles one-shotten kann. Ja. Bis, bis... Ja. Bis dahin einfach. Was soll's. So, weiter geht's. Diesmal lassen wir den großen, bösen Ficker da in Ruhe. Da hab ich nämlich keinen Nerv drauf. Mir ist nochmal so zu tun. Ich hab alles jetzt nochmal gemacht. Bis hierhin. Wirklich alles. Und das war definitiv eigentlich ein erster Angriff von mir. Aber... Wenn, wenn, wenn interessiert's für sowas. Einfach hat ne Kochmütze. Fragt nicht. Ich hab sie gefunden. Und sie bringt mir Sachen. Deswegen benutze ich sie. Punkt. Kochmütze. Und hier, Kompa hat weiße Katzenöhrchen. Das ist süß. Bringt ihr auch... Sollt ihr Glück bringen. Angeblich. Alles Zeug, was ich halt jetzt beim Neumachen gefunden hab. Ich musste ja fast das gesamte... Meine gesamte Aufnahme hier nochmal neu machen. Aber es hat weniger lang gedauert, als ich dachte. Ich hab ja echt gedacht, das wird länger dauern. Aber es ging eigentlich relativ schnell. Kompass Energy Kit. Oh, das hör ich sehr gerne. Was darf ich mir darunter vorstellen? Oh ja, doch. Das ist geil. Das ist geil. Das find ich gut. Ich hab immer noch nicht True Demon Slice da reingepackt. Ich Idiot. Ja, ich hab mir jetzt auch gerne nochmal durch den Kopf gehen lassen, was dieses Mist wie vorhin da mit mir angerichtet hat. Es war nicht schön. Und ich glaub, es war irgendwo mehr Pech... Also, es war im Grunde... Äh... Ja. Ein Punkt Pech... Und ein Punkt... Äh... Eigene Dummheit, weil ich nicht gespeichert hab die ganze Zeit. Also, sagen wir ein Stück von beidem. Was? Bist du denn da hinten? Ja, fickt ihn mal weg, ne? Ein wunderschöner Schmetterling. Oh Mann, treff doch. Das ist die Dinger, das ich dann voll... Was? Jetzt hat er auch noch mit so einem Viruswolf zu tun. Plan B. Ausraster. Mehr Schaden. Mehr Schmerzen. Wenn's treffen würde. Wie cool, einfach mal einen besseren Heilung... Gruppenheilungsskill vor allem. Und nochmal Katzenöhrchen. Und der Dungeon geht noch weiter. Cool. Yes. I want. Was bist du? Siehst merkwürdig aus. Was? Das ist... Oh, das sind die Dinger, die ich sowieso auslöschen soll. Zusammen mit diesen verstört guckenden Puppen. Fledermäuse... Äh, Fledermäuse. Schmetterling-Menschen hier. Dahinter ist ja noch einer. Den dahinter hab ich gar nicht gesehen. Au. Magst du das? Das ist dir offenbar egal. Okay. Kannst mal sehen, was eine Kochmütze alles für dich bringt. Sie macht dir einfach mal ein bisschen stärker. Die Macht des Kochens. Und einen großen... Ich hab ihm einfach mal den Flügel abgerissen. Wuhahaha. Ne, wahaha. Okay, gut so. Uh. Strategy. Wenn hier nochmal irgendwo so ein großes Ding rumläuft, ne? Ich glaub, ich werd's heute meiden. Ich hab da nicht... Das ist nicht mein Tag heute für. Alter. Da ist das... Da ist das Pferd aber depressiv. Das ist ein depressives Pferd. Und ein totes. Totes Pferd. Ich glaub, die ganzen Sachen hab ich doch auch irgendwo für... Alter. Ja, ihr seid normale Gegner. Die einen muss ich sowieso platt machen. Oh, Kumpa mit den Hasen... Äh, mit den Katzen. Und sieht so knuffig aus. Ich glaub, ich sollte euch gleich mal an dem Wolf da... Ja, ich zeig euch mal... Breadcrumbs. Ach, schade. Ich kann leider nur einen. Das war ein Brotkrümel. Breadcrumbs, ne? Genau. Weißt du Bescheid. Schneid ihm das Gesicht ab. Perfekt. Äh, äh, äh. Und ich glaub, den von Alfi habt ihr auch noch nicht gesehen. Das kommt schon. Habt ihr heute alle gesoffen oder was? Ich dachte, du bist jetzt wieder depressiv. Apocalypse Nova. Ist zum Glück auch überhaupt nicht übertrieben. Mandarinen. Das ist ein Mandarinen-Slab. Sie erlernt unglaublich viele Rush-Kombos. Fällt mir jetzt mal so auf. Oh, das... Oh. Oh, das ist... Oh, das ist nice. Nice ist es. Wollen wir mal ausprobieren. Warte mal, von wo kam ich jetzt? Achso, ja. Hier längst. Bäh. 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 Hi. Hab dich zwar schon, aber... Macht ja nix. Ach du shit. Das ist eigentlich... Es wäre zu perfekt, aber... Der Grenner. Das mag der nicht. Also, das mag der Schmetterling nicht. Super Wechsler. Aha, bin resistent. Wie auch immer, aber okay. Mandarinen-Geslappe. Kiegel-Spamme. Klapper, klapper. Wollt das echt gar nicht schlecht? Und sie ist süß. Ach ja, genau. Ich hätte mich dran erinnern müssen, weil ich ja diesen Dungeon schon mal gemacht habe. Das mache ich jetzt die ganze Zeit. Ich habe es eben gerade auch schon wieder vergessen. Ähm. Ne, egal. Ist egal. Ne, doch. Ich weiß wieder, was ich gucken wollte. Genau. Oh, ich trottel. Das ist off. Gut. Mann. Mir fehlen immer so leichte Sachen. So Kleinigkeiten immer. Das ist immer deprimierend dann. Okay. Die kann ich herstellen. Das ist, glaube ich, sogar mehr als nur gut, wenn ich das tun würde. Einfach mal bessere Wiederbelebungs-Items. Das Beam-Katana habe ich ja. Und den Dolphin-Tail müsste ich mir mal... Den müsste... Den könnte ich mir besorgen. Das, den, das... Den Dolphin-Tail könnte ich mir besorgen. Wolf-Pelz hätte ich. Ein Time-Bloggle. Den Super-Bagel. Hm. Ah, den Delfin-Schwanz müsste ich mir eigentlich besorgen können. Der fehlt mir ja ohnehin noch. So, hey, Pegasus. Geht. Wurde nur Hallo sagen und mir deine Sachen unter den Nagel reißen. So. Emergency Kit. Ja, das ist doch schön. Warum auch draufgehen, ne? Blödes Pony. Dann lieber nochmal Stunk machen. Ach man, warum werden wir denn in Dungeons recycelt? Das finde ich schade. Muss doch nicht sein. Och, komm. Hörs. Schmeckt nach Pferd. Lol. Wieso wird der Angriff jetzt einfach geskippt? Bullshit. Der Angriff wurde einfach nicht gemacht. Hä? Was ist denn jetzt los? Bist du irgendwie scheiße? Was? Warum funktionieren meine Sists nicht mehr? Hä? Verarschen? Verarschen? Hä? Verarschen? Hä? Wieso geht das jetzt nicht mehr? Wieso geht das jetzt nicht mehr? Das ist doch beschiss. Das ist doch beschiss. Das ist doch beschiss. What the fuck? Wo ist denn ein Gangstorm noch? Hä? Hä? Willst du mich jetzt gerade verarschen? Wieso geht denn das jetzt? Das ist noch so ein Fickvieh Danke, aber nee, danke Mit dem will ich mich nicht anlegen Wieso gehen meine Angriffe nicht mehr? Jetzt gehen sie auf einmal wieder Hä? Willst du mich verarschen? Jetzt gehen sie auf einmal wieder Was war das denn gerade? Und jetzt gehen sie wieder nicht, sag mal Was wird das jetzt hier? Die große bunte Bani-Show oder was? Mal funktioniert's, mal funktioniert's nicht Wenn die mal danach ist Jetzt gehen sie wieder nicht Hä? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht Warum sie mal funktionieren, mal nicht Oh, da ist ein Safe Point Oh, wie schön So, komm mal her, hier Hä? Ich verstehe das gerade nicht Sie gehen aber nicht mehr durch, oder was? Habe ich irgendwas verpasst? Irgendeinen Fax nicht bekommen? Ja, mach doch Was soll denn das? Benutze ich's einfach nicht mehr Ganz einfach Ich hab meine eigenen Angriffe, ganz ehrlich Verarschen, kein mehr allein Was soll das denn? Ich verstehe es nicht Bis zum nächsten Mal Ich bin ja noch nicht mehr Ich bin ja noch nicht mehr Ich bin ja noch nicht mehr